Der Sommer in der Wii Arena wird mega heiß. Wir bringen die Rütte zum Beben. Bei der Wii Box Gala am 2. Juni mit zwei internationalen Titelfights. EBU Europameisterschaft im Supermittelgewicht mit Robin Krasnicki. Junioren Europameisterschaft im Supermittelgewicht mit Emre Chukur. Und sechs weiteren Topkämpfen beim Wii Summer Dance am 23. Juni mit internationalen Topstars am Mischpult. DJ Antoine, DJ Luis Garcia, Gestört aber geil, Stereo Act und und und. Tickets ab Ostern im Vorverkauf bei Eventim und München Ticket.